Hallo da draußen, ich bin's Chima und ihr seht Stuggi TV. Stuggi TV, deine Stadt, dein Sender. Hi zusammen zu einer neuen Ausgabe von Stuggi TV trifft. Heute mit Chima hier neben mir. Der ist gerade mit seinem neuen Album von Stein und Elefanten auf Tour. Hallo Chima. Hallo Ina. Auf Tour sein heißt ja ständig unterwegs sein, immer präsent sein, Interviews geben, so wie jetzt gerade. Ist das denn mehr Stress oder mehr Spaß für dich? Es kommt darauf an. Es gibt Tage, da ist es mehr Stress, weil es vom Aufkommen her so hoch ist, dass du kaum die Luft bekommst, dich mal ein bisschen zurückzuziehen. Aber wenn das überschaubar ist und gut organisiert ist, dann macht das auch viel Spaß. Was macht am meisten Spaß? Auf der Bühne zu stehen und zu singen. Das macht am meisten Spaß. Und auch schön ist, sich mit den Leuten zu unterhalten während der Fahrt und abzuhängen oder auch Musik zu machen. Habe ich jetzt dieses Mal bisher noch gar nicht gemacht, aber dann irgendwie so auf dem Laptop zu produzieren und Sachen anzudenken aus so einer Situation heraus, wo man gerade eben schon auf der Bühne angetestet hat, was gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat. Es gibt viele Sachen, die Spaß machen auf Tour. Morgen bin ich wieder dabei und morgen sind die Ausreden vorbei. Morgen, weil ich heut nicht kann. Morgen fang ich von vorne an. Morgen nehm ich mein Leben in die Hand. Morgen, aber dann richtig man. Morgen, wenn nicht morgen. Wann denn dann? Deine Texte und deine Musik sind das immer Themen, die dich auch sehr persönlich beschäftigen und das spürt dir dann im Kopf, bis du es in deiner Musik so niederschreibst oder wie erstellst du, wie schreibst du deine Texte? Genau so. Es sind in der Regel Dinge, die mich entweder selbst beschäftigen, weil ich mich mit denen auseinandersetzen musste oder es sind Dinge, die ich in meinem Bekanntenkreis aufgeschnappt habe und mir noch den ein oder anderen weiterführenden Gedanken zugemacht habe. Ist es dir auch wichtig, eine bestimmte Botschaft zu übermitteln mit der Musik? Ja, jein, jein. Ich denke jetzt nicht bei jedem Song über die Botschaft. Also natürlich mache ich mir Gedanken darüber, was ich erzählen möchte. Aber ich sehe mich jetzt nicht mit dem Auftrag zu erziehen. Ich glaube aber, dass es mir sehr gut steht, zu betonen, worauf auch ich selbst Wert lege im Leben. Und das sind halt ganz oft Sachen wie the pursuit of happiness, also das Streben nach dem Glück, die Suche nach der großen Liebe oder nach dem Hafen oder überhaupt der ganze Themenbereich um das Ankommen herum. Das finde ich sehr interessant und das wird wiederholt bei mir. Jetzt bist du ein erfolgreicher Musiker, stehst mitten im Leben. Das war aber, glaube ich, nicht immer so. Also du hattest eine Zeit lang, da musstest du dich mit einigen Nebenjobs über Wasser halten. Hast dich auch bewusst gegen ein Studium entschieden, gegen so einen sicheren Job vielleicht. Warum denn? Wie kam es dazu? Nee, ich habe mich nicht bewusst gegen ein Studium entschieden. Ich habe mich bewusst gegen einen sicheren Job. Und so ein Studium habe ich abgebrochen, weil ich dann irgendwann das Gefühl hatte, dass ich dazu keine Kapazitäten hätte, was rückblickend betrachtet ein Trugschluss war. Das hätte man schon irgendwie unter einen Hut bekommen können, aber dafür hätte ich dann vielleicht ein bisschen disziplinierter sein müssen. Und gegen den Job habe ich mich entschieden, weil wenn du einmal in eine Situation kommst, in der du Privilegien genießt, ist es ziemlich schwer, dann noch die richtigen Prioritäten zu setzen. Und ich habe die Prioritäten ja für den Traum gesetzt. Und deswegen, das ist so eine haarige Angelegenheit und so eine unstete Angelegenheit, das musst du schon feiern und musst du schon hauptberuflich betreiben, damit du damit irgendwo hinkommst. Und deswegen war es mir lieber, Jobs zu haben, die mich auch von vornherein abtören, als in eine Situation zu gelangen, wo du dann 13. Gehalt hast und Firmenwagen und alle anderen Privilegien, mit denen man so ausgestattet werden kann. Du sprichst von solchen Statussymbolen. Eigentlich kommst du ja ursprünglich aus Frankfurt, wo man ja denkt, ja, Finanzmetropole, gerade da ist das auch eigentlich wichtig, hat einen hohen Stellenwert. Aber das ist auch was, was du mit deiner Musik eher kritisierst. Was stört dich denn daran an diesem Denken, dass das so wichtig wäre, eine Uhr oder ein teures Auto? Oder was möchtest du den Leuten mitgeben mit deiner Musik? Stören tut mich daran gar nichts. Ich habe überhaupt kein Problem. Also wenn du mir jetzt eine teure Uhr schenken wolltest, gar kein Problem, bin ich sofort dabei, teures Auto, noch viel eher. Ich denke, man muss halt irgendwie, man sollte sich vor Augen führen, welchen Preis man für die Dinge bezahlt, die man dann im Leben haben will. Und ich kenne ganz viele Leute, nicht nur, aber ich kenne auch viele Leute, die sehr, sehr viel dafür geben, diese Statussymbole zu besitzen und dafür dann aber auch bereit sind, auf ganz viel Lebensqualität zu verzichten. Wenn du den ganzen Tag am Arbeiten bist, um Kohle ranzuschaffen, ist es schwierig, dass du Zeit mit einem Kind verbringst oder Zeit vielleicht auch mit deiner Partnerin verbringst, so qualitative Zeit. und das musst du für dich selbst wissen, ob das eine Priorität ist, für die es wert ist, das zu opfern. Und bei mir ist das eben nicht so. Also ich bin sehr, sehr gerne mit meinem Kleinen zusammen. Ich habe gerne schöne Gespräche mit inspirierenden Menschen und verbinde das gerne mit meinem Beruf und das geht aber dafür kann ich nicht so abackern, dass diese Statussymbole irgendwie dann auch alle, also zumindest stehen die nicht im Fokus, die Statussymbole. Und sobald du, also ich habe überhaupt kein Problem, ich bin, wie schon gesagt, ich wohne in Frankfurt, es gibt ganz viele Leute, die machen den Gegenentwurf zu dem, was ich mache und sind sehr glücklich damit. Solange du glücklich damit bist, solange du abends nach Hause kommst und das Gefühl hast, das ist genau das, was ich machen möchte, das finde ich, das feiere ich dich mit. Hast du zum Schluss vielleicht noch einen Rat für unsere Stugi-TV-Zuschauer, wenn sie sich jetzt fragen, ja, sichere Ausbildung, BWL-Studium oder vielleicht doch meinen Leidenschaften folgen, was würdest du ihnen sagen? Ich würde sagen, auf jeden Fall, die sichere Ausbildung machen und zwar schnell, gleich nach der Schule. Also meinem Kleinen würde ich sagen, so okay, gut, nach Möglichkeit nicht sitzen bleiben, nach dem Abi nochmal ein Jahr abhauen, sich während des Jahres Gedanken darüber machen, was man beruflich machen möchte. Vor dem Hintergrund, dass so eine Ausbildung, so ein Studium zum Beispiel, auch nur ein Rein-Dippen ist, irgendwie in so ein Thema, das muss ja noch lange nicht heißen, dass das tatsächlich dein Beruf sein muss, würde ich so ein Studium relativ fix durchziehen, vier, fünf, maximal fünf Jahre, zack, zack, durchrocken und nach Adam Riese müsste es dann 25, 26 sein. Geht sogar, glaube ich, jünger inzwischen. Ja, stimmt, mit G8. Und so mit 24, 25 den ganzen Scheiß weggerockt haben und dann das machen, wo das Herz sagt, hier bin ich gern. Und das fühlt sich gut an. Dankeschön, dann dir noch viel Spaß auf deiner Tour. Dankeschön, Ina. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Stugi TV trifft, dieses Mal mit Schima, nächstes Mal. Seid gespannt. Tschüss und bis bald.